Anfang der 70er Jahre bewohnten noch 3,7 Milliarden Menschen den Planeten. Bis zum Jahr 2050 steigt die Weltbevölkerung geschätzt auf über 9 Milliarden. Damit wird auch der Bedarf an natürlichen Rohstoffen, wie fossilen Brennstoffen oder Wasser, weiterhin wachsen. Sie werden sehr viel schneller verbraucht, als sie neu entstehen können. Gefragt sind Produkte und Lösungen, die es den Menschen ermöglichen, ein gutes Leben zu führen und zugleich Energie zu sparen. Nachhaltige Kapitalanlagen sind dabei ein effektiver Hebel. Sie können Positives bewirken und sowohl Staaten als auch Unternehmen zum Umdenken bewegen. Genau dieser Gedanke ist der Kern unseres Investmentansatzes. Aus diesem Grund erweitert die Raiffeisen Vermögensverwaltung ihr Dienstleistungsangebot und richtet ihre neue Schiene, Raiffeisen VIP nachhaltig, bewusst an den Nachhaltigkeitsansprüchen der potenziellen Klientel aus. Also auch der jungen Generation. Diese Zielgruppe will ihr Geld zunehmend verantwortungsbewusst anlegen. Und um diesem Wunsch gerecht zu werden, fließen zusätzliche Umwelt- und soziale Faktoren, sowie Aspekte guter Unternehmensführung in die Investmententscheidungen der Raiffeisen Vermögensverwaltung mit ein. Das sind die sogenannten ESG-Kriterien. Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. So schaffen wir mit unseren innovativen Lösungen einen Mehrwert bei einem gleichzeitig reduzierten ökologischen Fußabdruck. Durch ihre Veranlagungen können unsere Kunden einen Beitrag zu einer besseren Zukunft leisten. Die nachhaltige Vermögensverwaltung können Sie in jeder österreichischen Raiffeisenbank abschließen. Dort werden Sie gerne beraten. Nähere Informationen auch unter rcm.at-vermögensverwaltung